Das ist der brandneue Kettenblitz-Zauberer-Bild für die Season 5. Es ist krass, wie viele Kettenblitze gleichzeitig unterwegs sind und alle Gegner in Sekunden töten. Wenn du genau so mit deinem Zauberer abgehen möchtest, dann bleib dran. Servus Gaming-Freunde, willkommen zum allerersten Zauberer-Bild-Video für die Season 5. In den letzten Tagen habe ich mich aktiv mit dem brandneuen Kettenblitz-Magier beschäftigt und für euch einen richtig coolen Bild aufgebaut und den möchte ich euch heute zeigen. Zuerst gehen wir über das Gameplay drüber, wie funktioniert dieser Bild, wo liegen seine Stärken, seine Schwächen und danach schauen wir uns dann die komplette Rüstung an, Aspekte, Affixe, natürlich auch Fähigkeiten, aber auch ganz wichtig, das Paragon-Board, das macht einen immensen Unterschied. Außerdem könnt ihr mein Bild auch wieder leichter nachbauen und zwar mit Mobalytics. Wer es noch nicht kennt, ihr könnt es während des Spiels öffnen und unter dem Reiter Community-Bilds mein Bild finden. Solltet ihr mal mein Video nicht parat haben, könnt ihr so schnell nachschauen, was ich spiele. Mobalytics ist die beste Wahl, schnell und einfach nach neuen Meta-Bilds für die aktuelle Season zu suchen. Es sind Bilds für alle Klassen vorhanden. Mittlerweile gibt es auch Timer, zum Beispiel für den Weltenboss, so verpasst ihr ihn nicht und könnt auch eure eigenen Bilds im Bildplaner erstellen und sie dann veröffentlichen, teilen. Im Bildplaner könnt ihr easy euer Paragon-Board testen, die Idee, ohne im Spiel Geld zu verbrauchen. Mobalytics könnt ihr kostenlos über meinen Link in der Videobeschreibung für PC runterladen und so super angenehm während des Zockens mein Bild nachbauen. Spielt ihr auf den Konsolen, könnt ihr über die Webseite gehen. Den Link habe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt. Wir starten direkt mit Gameplay, dass ihr seht, wie dieser Bild abgeht. Ich bin jetzt selber aktuell erst Stufe 55 bei der Grube, aber ich kriege diese Fragmente in der Season 5 einfach nicht mehr hinterhergeworfen und ich habe eigentlich die Fragmente die ganze Zeit benutzt, um eben meine Rüstung zu verbessern. Ihr seht, sie ist auch noch nicht wirklich verbessert. Da ist noch deutlich mehr Potenzial drin, aber über die Rüstungsteile gehen wir gleich drüber. Aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie stark der Bild ist und was für Potenzial in ihm drin steckt und wie schnell wir hier durchkommen. Das Ganze auch ohne Cut, dass ihr einfach einen kompletten Run seht, wird wahrscheinlich jetzt so zwei, drei Minuten dauern. Und nebenher schauen wir uns an, wie dieser Bild eben performt und funktioniert. Wir haben nur ein Schild mit dabei, das langt auch. Ansonsten den Teleport, um eben schneller voranzukommen, auszuweichen, sollte es brenzlig werden. Und ansonsten benutzt man die Eisklingen, um die Gegner auch immer wieder verwunden zu können, gerade auch bei den Bossen. Man kann die Ulti noch mit benutzen, das sollte man natürlich auch. Man hat auch einen hohen Cooldown, um dann eben mit der Ulti noch andere Fähigkeiten von Blitzen aktivieren zu können. Und so holt man dann eben mehr Schaden noch raus. Und ansonsten, ja, ist man die ganze Zeit mit dem Kettenblitz unterwegs und spammt den eben, sammelt nebenher am besten die Kugeln ein, denn die Mana sollte nicht leer gehen. Und dann ist man hier richtig stabil schon unterwegs. Ich benutze auch immer noch, was auch in der Bar ist, den Blitzspehr, weil der betäubt natürlich die Gegner. Auch so werden die Gegner betäubt mit einer gewissen Glückstrefferchance und dadurch kommt teilweise extrem wenig Schaden rein, weil die Gegner einfach betäubt sind. Und die Blitze, gerade der Kettenblitz, der geht eben sehr stark vorne raus in sämtliche Gegnergruppen schon rein. Man kann super angenehm dann einfach hinterher laufen. Und ihr seht, wie ich jetzt hier durchspaziere. Der erste Bereich ist abgeschlossen. Schild mich natürlich wieder. Schilde können auch so immer wieder passieren, wenn man gewisse Anzahl an Mana verbraucht hat. Und hier sind jetzt wirklich viele Gegner. Desto mehr Gegner da sind, umso besser ist der Bild, weil die Blitze natürlich überall hin und her springen können. Es ist sehr viel knisternde Energie auf dem Boden, die man wieder aufsammeln kann, um eben mehr Mana zu bekommen. Und ihr wollt bei dem Bild eigentlich schon endlich Mana haben, um einfach die Taste durchdrücken zu können. Und dann sind eben maximal viele Kettenblitze eben unterwegs und huschen durch die Gegner durch. Und wer gerne zum Beispiel in der Höllenflut unterwegs ist, das ist ein bisschen jetzt die Gechite mit dem Schreien, in der Höllenflut unterwegs ist, Albtraumverliese laufen möchte oder auch den neuen Modus, wo wirklich sehr viele Gegner auf einmal kommen, ist dieser Bild wirklich extrem stark und macht einfach Spaß. Es gibt natürlich auch andere Builds noch in der Season, die teilweise auch noch stärker sind. Zum Beispiel eben noch der Frozen Orb ist nochmal ein Tick stärker. Den habe ich aber auch schon letzte Season gespielt und wollte diese Season einfach auch ein bisschen Abwechslung haben und nicht immer dasselbe spielen. Und wir sind jetzt hier auch gleich durch. Jetzt ist zum Glück der Schreien-Buff wieder weg. Zack. Gehen wir jetzt hier noch in die Gruppe rein. Das Schöne ist, man kann auch durch die Gegner nochmal schön durch in der Nähe stehen bleiben und aktuell platzt man hier auf jeden Fall nicht. Die Gegner machen natürlich jetzt auf 154 noch nicht so viel Schaden. Wenn man natürlich mal auf 170 aufwärts ist, dann ist es natürlich schon mal eine andere Hausnummer. Da sollte man aufpassen, wo man natürlich an den Gegnern steht. Aber da hilft natürlich dann auch wieder die Betäubung, dass die Gegner teilweise eben nichts machen können. Es fehlen jetzt noch ein paar Gegner. Ich bin jetzt hier nochmal in die Ulti reingestartet. Umso mehr Blitze sind eben hier auch am Start. Und jetzt müssten wir auch gleich zum Endboss kommen. War eigentlich schlecht jetzt hier die Ulti zu verbrauchen, weil hier braucht man sie jetzt nicht wirklich. Aber beim Endboss sollte man sie auf jeden Fall ready haben. Ich zeige euch aber, wie das Ganze ohne geht. Wir gucken, wie schnell der Gegner jetzt down ist. Bei den Bossen ist es so, dass der Bild nicht ganz so stark ist, weil weniger Gegner natürlich da sind. Es ist jetzt kein ultra krasser Bosskiller, der Bild. Man braucht auf jeden Fall schon eine gewisse Zeit, um eben die Bosse zu töten. Was halt auch krass ist bei dem Bild, ist die Betäubungsrate. Ich hatte, wie schnell der Gegner betäubt war. Aber jetzt hier auf 54, also 154 ging das wirklich jetzt easy noch durch. Wir beginnen diesmal mit den Fähigkeiten, weil ich euch hier den Bild nochmal genauer erklären kann. Und danach gehen wir über die ganzen Rüstungsteile drüber, Aspekte, Affixe und zu guter Letzt über das Paragon Board. Was man am Anfang braucht, ist hier der Feuerblitz. Zwei Punkte einfach rein. Der muss nicht in der Bar sein, aber ihr seht unten bei der Verzauberung ist der Feuerblitz drin. Direkter Schaden von Fähigkeiten verursacht im Verlauf 8 Sekunden lang im zusätzlichen Verbrennungsschaden. Und über das Paragon Board können wir dann nochmal mehr Schaden an brennenden Gegnern rausholen. Deswegen ist der Punkt oben wichtig. Ansonsten natürlich hier richtig wichtig. Ihr seht es bei mir, Kettenblitz auf der Stufe 11. Den möchtet ihr natürlich so hoch wie möglich haben, um hier den maximalen Schaden rauszuholen. Unten in die rechte Richtung, wenn Kettenblitz einen kritischen Treffer erzielt, besteht eine Chance von 30%. Knisterenergie zu erzeugen. Die ist dann eben auf dem Boden. Und so können wir sie aufsammeln und bekommen dann später, werdet ihr es auch noch gleich sehen, immer wieder Mana zurück. Ansonsten habe ich auch hier den Kombo-Blitz mitgeskillt. Warum? Über die Ulti, das werdet ihr gleich sehen, kann es passieren, dass der eben dann aktiviert wird. Und dann bin ich hier unten in die rechte Richtung reingegangen. Wenn ihr einen Gegner mit Kombo-Blitzen trefft, wird dessen verursachter Schaden drei Sekunden lang um 25% reduziert. Und das ist natürlich gerade nützlich, wenn man die Ulti aktiv hat. Das Ding wurde dann mal gecastet. Der Boss macht weniger Schaden oder irgendwelche Elite-Gegner ist es natürlich von Vorteil. Da kann man leichter die Grube auf höherem Level laufen etc. Ansonsten hier zwei Passive. Die ist bei mir auf der Stufe 1. Wichtiger ist natürlich hier, eure Kernfähigkeiten verursachen 12% mehr Schaden. Und wenn sie gewirkt werden, wenn sie über 50% Mana gewirkt werden. Und bei uns ist die Mana fast immer voll. Und deswegen ist das natürlich ein großer Vorteil. Ansonsten sind hier drei Punkte drin. Ist ganz nützlich. Ist aber über ein Rüstungsteil, wie ihr unten sehen könnt. Das Wirken einer Fähigkeit gewährt für 9 Sekunden lang eben nochmal mehr Widerstand. Und so ist man auch nochmal defensiver unterwegs. Ansonsten natürlich hier ganz wichtig, der Teleport oben in die rechte Richtung. Denn man bekommt dann eben nach einer Teleportation 4 Sekunden lang 30% weniger Schaden ab. Man überlebt eben auch länger. Ist so ein Oh-Shit-Button. Kommt man eben schnell raus. Außerdem muss man auch oder kann man eben den Teleport auch einsetzen, um Gegner zusammenzuziehen. Über ein einzigartiges Rüstungsteil. Das zeige ich euch gleich. Dann natürlich richtig krass ist die Glaskanone. Aktuell auf der Stufe 5. Kriegt man glaube ich auf die Stufe 6 nach oben. Oder vielleicht sogar noch höher. Geht auch noch höher, wenn man es natürlich schafft, die Affixe richtig zu bekommen. Vursacht 30%. Also man versucht selber 30% mehr Schaden. Aber man erleidet auch 10% mehr Schaden. Sollte man am Anfang noch Probleme haben. Zu oft drauf gehen, sollte man das hier vielleicht nicht skillen. Ansonsten sehr wichtig natürlich die Eisrüstung, um sich schilden zu können. Und ich bin hier in die linke Richtung gegangen. Während Eisrüstung aktiv ist, verringert sich die Abklingzeit der Fähigkeit pro ausgegebenen Mana-Punkt um eine Sekunde. Wir geben sehr viel Mana natürlich aus durch den Kettenblitz. Und so ist das Schild sehr schnell wieder ready. Und wir können uns erneut schilden. Hier ist ebenfalls ein Punkt drin durch einen Gegenstand. Ist aber auch nützlich. So können die defensiven Fertigkeiten sich auch direkt abschließen. Gerade eben das Schild kann auch direkt wieder ready sein. Dann bin ich natürlich auch in die Eisklingen rein. Die sind übrigens auch in einem Verzauberungsslot. Für alle 40 Sekunden Abklingzeit, die ihr verbraucht, erschafft ihr eine Eisklinge auf einem zufälligen Gegner. Und wir wollen, dass viele Eisklingen ab sind. Denn dadurch werden die Gegner immer wieder verwundet. Und auch hier, die Abklingzeit von Eisklingen wird jedes Mal um 0,5 reduziert, wenn ihr einen verwundeten Gegner trefft. So ist die Eisklinge schneller wieder ready und kann auch gerade beim Boss eben erneut beschworen werden. Damit der Boss auch natürlich wieder verwundet ist. Ansonsten Blitzsperr, richtig cool. Unten in die rechte Ecke rein. Bei einem kritischen Treffer betäubt ihr eben für 2 Sekunden. Und wenn die Gegner betäubt sind, ja, bekommen wir selber keinen Schaden ab. Können sie leichter töten. Und wir machen sogar an betäubten Gegnern mehr Schaden. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ansonsten hier Beschwörungskunst. Ihr erhaltet 3% Schaden, 3% Bewegungsgeschwindigkeit und 6% Mana-Regeneration. Auch sehr wichtig für jede aktive Beschwörung. Also wenn der Bett Kettenblitz oder auch eben gerade die Eisklingen unterwegs sind, haben wir hier noch einen ordentlichen Bonus, was dann ganz nice ist. Ansonsten auch sehr wichtig sind jetzt hier diese passiven Punkte. Gerade zum Beispiel oben. Jedes Mal, wenn ihr eben 100 Mana verbraucht, erhaltet ihr 5 Sekunden lang 30% Schadensreduktion. Auch hier überlebt man dann eben nochmal leichter. Und hier unten, wenn ihr eine Abklingzeit nutzt, erhaltet ihr für 3 Sekunden lang eine Barriere in Höhe von 30% eures maximalen Lebens. Wir haben immer wieder Sachen auf Abklingzeit. Die ganzen Beschwörungen, den Teleport, das Schild. Und so bekommen wir auch immer wieder eine Barriere und können eben auch leichter überleben. Außerdem hauen wir mit einer Barriere mehr Schaden raus. Das werdet ihr gleich sehen. Dann auch sehr wichtig, dieser Punkt jetzt hier. Verschlingende Feuerbrunst fügt brennenden Gegnern 28% mehr kritischen Schaden zu. Wenn sie unter Kontrollverlust leiden, erhöht sich das Ganze auf 40%. Das habe ich auch nochmal durch den Rüstungsteil leider nur auf einen Punkt verstärkt bekommen. Bis jetzt will man auch so hoch wie möglich haben. Denn unten durch die Verzauberung brennen die Gegner die ganze Zeit. Und an brennenden Gegner machen wir dann deutlich mehr Krit-Schaden. Holen mehr Schaden raus. Dann auch wichtig hier auf der rechten Seite, wenn man eben eine Knisterenergie aufnimmt, diese Kugeln auf dem Boden, bekommt man 12 Mana. Und so ist die Mana eigentlich fast konstant voll. Man kann richtig auf den Kettenblitz drücken und sehr schnell eben sämtliche Gegner ausschalten. Unten ist natürlich die Ulti. Sehr wichtig. Wenn man eben diese Ulti aktiviert, wird man durch Blitze durchströmt. Jedes Mal, wenn man eine Schockfähigkeit wirkt, also wenn wir die ganze Zeit die Kettenblitze aktivieren, wird eine zufällige weitere Blitzfähigkeit, egal ob es Kernbeschwörung oder eine Beherrschungsfähigkeit ist, eben gewirkt. Und so sind deutlich mehr Blitze, sämtliche Blitze eben oder Blitzfähigkeiten unterwegs. Der Schaden wird enorm gebufft und ja, das ist auch extrem nützlich, gerade bei Bossen oder starken Elite-Gegnern. Und dann eben hier an diesem Punkt Stromschlag. Gegnervorsachen 5 Sekunden lang 18% weniger Schaden, nachdem sie von einer Schockfähigkeit kritisch getroffen wurden. Und so bekommt man selber auch nochmal deutlich weniger Schaden ab und kann eben leichter überleben. Und unten die zentrale Passive ist eben hier, wenn ihr mit einer Schockfähigkeit einen kritischen Treffer gegen einen Gegner erzielt, werdet ihr aufgeladen und erleidet 5 Sekunden lang 25% weniger Schaden. Und unten eben nochmal, wenn man dann aufgeladen ist, kritische Treffer haben eine Chance von 10%, den Schaden als Blitzschaden auf einen weiteren Gegner in der Nähe überspringen zu lassen. Oder das Ziel in Abwesenheit, weiterer Gegner ein weiteres Ziel mit 250% Schaden zu treffen. Und das ist natürlich ein ordentlicher Boost, 250%. Und so hat man natürlich auch nochmal mehr Schaden. Richtig wichtig sind natürlich auch die Aspekte auf den Rüstungsteilen. Ich fange jetzt hier mit dem Helm an. Man erleidet 24% weniger Schaden, wenn die Gegner verwundet sind. Die Gegner sind immer wieder durch die Eisklingen verwundet und ja, weniger Schaden, man überlebt eben leichter. Dann hier die einzigartige Brust. Man kann eben rumteleportieren und dadurch werden die Gegner mit dieser Brust zusammengezogen. Und sie werden 2,8 Sekunden lang betäubt. Zwar wird die Abklingzeit etwas erhöht von der Teleportation, von der Fähigkeit, aber es ist cool, wenn man alle zusammenziehen kann. Sie sind betäubt, sie machen keinen Schaden und selber macht man sogar mehr Schaden an den Gegnern. Dann sieht man auch hier nochmal an den Händen, denn ihr fügt betäubten Gegnern 34% mehr Schaden zu. Einerseits sind sie durch die Teleportation dann betäubt durch die Brust, aber zum Beispiel auch durch die Fähigkeit Blitzspehr und auch so über eine Glückstrefferchance. Das seht ihr gleich. Sehr viele Gegner sind betäubt und so holen wir deutlich mehr Schaden raus. Extrem wichtig ist die Brust, äh, ist die Hose. Kettenblitze, die braucht ihr auf jeden Fall für diesen Bild zu 100%, dass er richtig funktioniert. Wenn ihr so eine nicht habt, dann, ähm, ja merkt ihr, dass dieser Bild halt nicht wirklich funktioniert oder halt deutlich schlechter ist, weil die Kettenblitze natürlich nicht so oft hin und her blitzen. Statt der Hose kann man natürlich auch noch einen anderen Aspekt reinnehmen, dass die Kettenblitze, ich glaube, bis zu 5 Mal überspringen können. Wäre so dann der, die ganz Low-Variante, aber die Hose sollte die wirklich zu 100% besitzen. Kettenblitze wechseln eben immer wieder hin und her, zwischen uns umkreisen und 3 Gegner werden dann aufgesucht. Ähm, bei Rückkehr, wenn der Gegner, also wenn der Kettenblitz zu uns zurückkommt, wird immer 6 Energie, oder Mana eher gesagt, entzogen. Wurde 66 Mana entzogen, kommt es zu einer fetten Explosion. Bei mir steht es 21.000. Hat man keine Mana mehr, dann sind die Kettenblitze eben zu Ende. Sie werden dann eben nicht mehr abgefeuert und, ähm, deswegen will man natürlich auch so viel Mana wie möglich haben, dass man viele Kettenblitze gleichzeitig aktiv haben kann und, ähm, die Mana geht dann bestmöglich nie leer. Und gerade diese Explosion nach 66 Mana ist gerade für Elite-Gegner, aber auch für Bosse extrem stark. Man holt dann nochmal einiges raus und, äh, man sieht es auch richtig, wie die Gegner dann runtertroppen, gerade auch die Bosse, wenn es eben zu einer Explosion kommt. Dann die Schuhe auch super nützlich für die Ulti. Die Ulti wollen wir natürlich auch so oft wie möglich abhaben, weil wir natürlich da einen ordentlichen Schadensboost rausholen, weil mehr Blitzfähigkeiten unterwegs sind. Und, ähm, hier ist es einfach so, wenn man Gegnern ausweicht, also entrinnt, ähm, am besten so vielen wie möglich. Man sollte immer so durchdotschen durch die Gegner, ähm, gerade wenn die Ulti auf Abklingzeit ist, weil dann kann man maximal 10 Sekunden immer zurücksetzen von der Ulti und sie ist deutlich schneller wieder ready. Ansonsten dann auf dem Schwert auch richtig cool, wenn man eben eine Barriere besitzt. Ihr habt gerade gesehen, man hat immer wieder eine Barriere aktiv, holt man hier auch nochmal 24% mehr Schaden mit einer Barriere raus. Und auf der Seite richtig krass, Kettenblitz hat eine Chance von 25% bis maximal 80%, ich habe jetzt 76, fast max, erhöhten Schaden zu verursachen. Und, ähm, das ist natürlich richtig geil und, ähm, den Aspekt braucht ihr auch unbedingt. Ansonsten haben wir hier noch einen einzigartigen Ring für jede Art an Elementschaden, die ihr verursacht. Erhaltet ihr 4 Sekunden lang 20% erhöhten Schaden bis maximal 80% und wir machen Frost durch die Eisklingen. Wir machen natürlich Blitz, aber wir machen natürlich auch Feuerschaden. Also haben wir hier einen ordentlichen Buff mit dabei und, ähm, den Ring hier übrigens, genau, dass es gut noch darauf zu sprechen kommt, den Ring bekommt man bei Vashan. Die Hüfte, ähm, schreibe ich kurz unten rein, weiß nicht auswendig und, ähm, die Schuhe bekommt ihr zum Beispiel, ähm, was heißt zum Beispiel, die bekommt ihr bei Duriel. Aber, ähm, die Schuhe habe ich auch so schon in Albtraum verließen, getroppt und die Hose, glaube ich, auch. Ähm, die Brust bekommt ihr übrigens auch wieder bei Vashan raus. Ansonsten, ähm, jetzt hier auf dem Ring, die Chance, dass eben Eisklingen verwunden ist nochmal, ähm, 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 ne, die Chance, dass Eisklingen verwunden, äh, eine Verwundbarkeit verursachen, wird um 20% von der Dauer erhöht um 4 Sekunden und was cool ist, ihr erhaltet 25, äh, 27% mehr Schaden an verwundeten Gegner. Und die Gegner sind ja eigentlich die ganze Zeit verwundet, heißt auch hier nochmal deutlich mehr Schaden. Und zu guter Letzt, das ist wirklich ganz wichtig, jedes Mal, wenn der Kettenblitz abprallt, macht er ja immer zwischen den ganzen Gegnern, erhaltet ihr 4,5% Mana. Und das ist mit Absicht auf dem Amulett drauf, um eben, ja, so viel Mana Pool wie möglich zu besitzen, ähm, dass man bestmöglich eben, wie gesagt, nicht leer geht. Kommen wir zu den Affixen, was sollte hier auf den ganzen Werten drauf sein? Oben beim Helm maximales Leben, ich habe jetzt noch Max-Ressource mit dabei, ist cool, ganz wichtig, auch Rüstung unbedingt drauf machen. Was auch noch geht, ist zum Beispiel Abklingzeitreduktion, könnte ebenfalls drauf sein, statt zum Beispiel Max-Ressource. Aber Leben ist wichtig, Rüstung ist wichtig, dann, äh, wenn ihr unten das Ganze härtet, solltet ihr nicht Leben drauf machen, sondern unbedingt Rüstung. Ihr solltet an den Rüstwert, ich glaube, der ist gecappt bei 9, 2, 9, 3, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das solltet ihr auf jeden Fall erreichen, das ist leider bei mir bei 7, 5 und, ähm, dadurch bekomme ich natürlich deutlich mehr Schaden ab. Ansonsten auch eben sehr wichtig, ihr seht die andere Härtung unten per Glückstreffer, Chance von bis zu 17%, eben die Gegner für zwei Sekunden lang zu betäuben. Wir machen ja an betäubten Gegnern mehr Schaden. Hier kann man natürlich nichts drauf ändern, auf dem einzigartigen Gegenstand, aber ihr seht auch oben, was man da für Boni bekommt, für passive, wo noch hochgepusht werden. Glaskanone, Einklang der Elemente, schockierende Wirkung, das ist schon wirklich extrem geil. Ansonsten auf den Händen, Angriffsgeschwindigkeit, kritische Trefferchance, wir wollen natürlich auch so oft wie möglich kritten bei diesem Bild, sehr wichtig. Und der Plus 3 auf Kettenblitz. Ansonsten die Hose ist natürlich auch wieder festgesetzt, Chance von 27%, dass der Kettenblitz zweimal abgefeuert wird, das ist natürlich richtig geil. Schadensreduktion ist on top mit drauf, aber auch eben Ressourcenerzeugung und das Ressourcenmaximum ist eben da auch nochmal erhöht. Und eben Plus 3 nochmal auf Kettenblitz, also eine richtig geile, wichtige Hose. Und dann auf den Schuhen Bewegungsgeschwindigkeit, wir wollen natürlich so schnell wie möglich sein, weniger Schaden durchgegnen in der Nähe. Wir haben Blitzwiderstand mit da drauf, aber auch nochmal Ulti-Schaden on top. Und die Ulti haben wir natürlich auch sehr oft natürlich aktiv. Dann wollt ihr hier auf jeden Fall so ein Schwert haben, oben wegen dem kritischen Schaden, ist das beste Intelligenz mit dabei. Auch wichtig, maximales Leben, um eben leicht überleben zu können. Und was cool ist, bei mir ist das Ganze noch verstärkt mit dem kritischen Trefferschaden nochmal hier auf 85%. Und dann ganz wichtig, bei der Härtung, bei mir jetzt 22,5% Chance, dass eben der Kettenblitz zweimal abgefeuert wird. Und wir wollten natürlich so viele wie möglich unterwegs haben, um den Schaden hochzuhalten. Und dann separat auch unten nochmal kritischer Trefferschaden draufgehärtet. Auf der anderen Seite jetzt hier Glückstrefferschance mit dabei, maximale Ressource, kritische Trefferschance mit dabei, Kostenreduktion. Man kann natürlich auch Abklingzeitreduktion mit drauf nehmen noch, falls man da jetzt eine andere Affixe bekommt. Und unten auch nochmal gegen verwundete Gegner draufgehärtet. Und auch ganz wichtig, auch hier nochmal die Chance, dass man eben die, dass man eine gewisse Chance hat, dass der Kettenblitz zweimal abgefeuert wird, um den Schaden hochzuhalten. Das unbedingt auf der Waffe und auf dem Fokus drauf machen. Der Ring hier natürlich wieder festgesetzt. Glückstrefferschance ist auch nicht verkehrt, wenn man sie hat. Denn die Gegner werden natürlich durch die Glückstrefferschance natürlich dann auch öfter betäubt. Und das macht es natürlich einfacher, auch die höheren Verliese oder höheren Content zu laufen. Nicht viel Schaden ist auch mit dabei. Sehr geil. Abklingzeitreduktion. Und hier auf dem anderen habe ich Intelligenz. Auch wieder hier maximales Leben. Kritische Trefferschance. Hier jetzt auch wieder mehr Schaden gegen verwundete Ziele. Und dass eben die Abklingzeit der instabilen Strömung, also der Ulti, nochmal ein gutes Stück reduziert wird. Dann auch hier kritische Trefferschance. Bewegungsgeschwindigkeit mit dabei. Was ihr unbedingt auf dem Amulett auch haben möchtet, ist verschlingende Feuerbrunst. Und die auch so hoch wie möglich. Das ist diese Passive, wo man dann nochmal, wenn die Gegner brennen, man mehr kritischen Schaden rausholt. Und eben auch unten nochmal Abklingzeitreduktion bei der instabilen Strömung, bei der Ulti. Und auch nochmal hier mehr kritischen Trefferschaden. Und ihr seht es auch, wie es von den Edelsteinen aussieht. In die Rüstungsteile auf jeden Fall mehr Leben einbauen. Dann Saphire sind es, glaube ich. Es ist grün auf jeden Fall gegen Verwundung. Also wenn man mehr Verwundungsschaden an den Gegnern macht. Und ganz wichtig jetzt hier nicht die Widerstände hochpumpen, sondern die Rüstung. Weil die Widerstände kriegt man beim Zauberer über das Paragon Board wirklich ganz easy zusammen. Wie sieht es mit dem Paragon Board aus? Ich zeige euch ja alles im Detail. Übrigens dürft ihr hier 8 Glyphen leveln. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß. Vergesst auf jeden Fall bei der Season-Reise nicht ganz recht rein zu skillen. Dass man mehr Erfahrung bekommt, um die Glyphen schneller leveln zu können. Wir schauen ganz unten. Ihr seht das Ganze. Könnt auch immer ganz kurz anhalten. Und hier in der Mitte ist folgende Glyphe drin. Und zwar Taktiker. Die Knoten hier in der Nähe werden eben nochmal verstärkt. Gerade nicht physischer Schaden. Nochmal einen ordentlichen Buff. Aber hier auch auf alle Widerstände. Außerdem versucht ihr 4 Sekunden lang 10% erhöhten Schaden. Nachdem ihr eine defensive Fähigkeit gewirkt habt. Die Dauer wird pro defensiver Fähigkeit, die sich in aller Abklingzeit befindet, um 4 Sekunden erhöht. Wir haben aber nur eine defensive Fähigkeit. Aber wir haben hier 10% dann nochmal am Top mehr Schaden. Dann folgendes Board als zweites. Das seht ihr hier. Verzauberungsmeister ist auf Platz 2. Ihr seht, es ist wie folgt geskillt. Auch hier ein paar Punkte in die linke Seite. Plus 20% nicht physischer Schaden. Außerdem bekommt ihr hier auch maximales Leben eben mit dazu. Und folgende Glyphe sitzt jetzt hier eben drin. Und zwar Elementarist. Knoten in der Nähe werden eben auch nochmal verstärkt mit nicht physischen Schaden. Und unten, wenn ihr einen Gegner mit Feuer, Kälte oder Blitzschaden hinzufügt, erhöht sich der gesamte zugefügte Schaden 10 Sekunden lang um 5%. Das Ganze ist einmal pro Element stapelbar. Also maximal dann 3 Mal. Und ihr seht eben hier unten auch das Ganze nochmal verstärkt. 35% nicht physischer Schaden. Und eben hier auch nochmal Widerstände um 10% erhöht. Dann das nächste Board. Seht ihr jetzt hier unten? Ist folgendes. Brennender Instinkt. Und da ist nur kurz einmal durchgeskillt, dass man genügend Intelligenzpunkte bekommt. Die Knoten werden auch nochmal verstärkt. Zeige ich euch gleich warum. Und wenn ihr 50 Mana verbraucht habt, verursacht ihr 3 Sekunden lang 8% erhöhten Schaden und haltet 25% Mana-Regeneration. Wir wollen natürlich so viel Mana wie möglich haben. Und hier oben ist das Ganze auch noch verstärkt. Und zwar Gegner, die eben brennen. An denen machen wir dann eben nochmal 20% mehr Schaden. Dann das nächste Board. Dort seht ihr jetzt hier Elementarbeschwörer heißt es. Ich gehe jetzt hier einmal ganz kurz in die Mitte. Ganz wichtig, ihr nehmt auch hier unten den Punkt mit. Denn ihr bekommt hier 16% Mana. Auch natürlich hier drüber nochmal. Und ihr habt auch nochmal mehr maximales Leben. Ihr seht das jetzt hier einmal kurz geskillt. Und in der Mitte ist folgendes drin. Und zwar Territorial. Alle Gegner in der Nähe bekommen eben von uns mehr Schaden ab. Und wir selber bekommen weniger von Gegnern in der Nähe. Immer wieder, wenn die Gegner zum Beispiel betäubt sind. Elite-Gegner kann man dicht dran stehen. Oder auch gerade bei Bossen, weil der Bild ja jetzt nicht so stark an Bossen ist. Wenn die betäubt sind oder die Bosse jetzt nicht so ultra stark, kann man eben dicht an den Bossen dran stehen und holt auch so nochmal mehr Schaden raus. Ansonsten sieht das nächste Board wie folgt aus. Lassen wir mal ganz kurz gucken, wo ist denn der legendäre Knoten hier? Der ist auch aktiv. Und zwar ist es das eiskaltes Schicksal. Ihr verursacht Bonusschaden bei verwundeten Gegnern in Höhe von 20% der Gesamtmenge eures Bonusschadens mit Kälte bis zu einem Maximum von 60%. Aktuell 51% ist auf jeden Fall richtig schick. Folgende Glyphe steckt hier drinnen und zwar verstärkt. Die Knoten in der Nähe werden nochmal stärker gemacht. Und wenn wir eine Barriere haben, bekommen wir weniger Schaden ab. Und ihr seht eben auch hier, die Glyphe verstärkt eben hier, dass wir an verwundeten Gegnern nochmal deutlich mehr Schaden machen. 45% mehr ist auf jeden Fall richtig ordentlich. Ich bleibe hier mal ganz kurz stehen, dass ihr seht, wie das Ganze geskillt ist. So, es geht dann weiter nach oben. Und zwar jetzt hier an dieser Stelle folgendes Board. Unablässige Verbindung ist nicht aktiv. Hier ist auch sehr wenig mit dabei. Wichtig ist natürlich jetzt hier die Glyphe-Kontrolle. Und zwar ist es jetzt hier eben so, dass man Gegner, die unter Kontrollverlust leiden, ja, bekommen eben nochmal ein bisschen mehr Schaden von uns ab. Auch wenn sie unten betäubt sind, gibt es auch nochmal mehr Schaden. Und was ihr unten noch mitgenommen habt, ist eben auch nochmal plus 20% Schaden des Typs Blitz. Ist natürlich richtig schick. Ansonsten jetzt eben hier kritischer Schaden. Also Board heißt wie folgt. Sengende Hitze ist aber nicht aktiv. Und hier steckt folgende Glyphe mit drin. Hoppla. Und zwar, dass man kritischen Schaden auch nochmal, also mit dem kritischen Schaden mehr rausholt. Dass der eben erhöht ist. Mehr geile Sache. Auf jeden Fall mit reinnehmen. Und zu guter Letzt, da sind wir schon ganz oben angekommen. Das Board hier ist leider das Letzte. Aber dieser Knoten ist auch ganz wichtig. Statische Woge. Wenn ihr 92 Mana verbraucht habt, werden Gegner durch euren nächsten Kettenblitz oder eure nächste Combo-Blitze zwei Sekunden lang verwundbar. Und 10% eures Manas wieder hergestellt. Falls ihr jetzt noch am Anfang seid, noch nicht Level 100, dann solltet ihr dieses Board vielleicht etwas weiter, also früher einbauen. Dass ihr diesen leckenden Knoten mit dabei habt. Denn ja, immer wieder sind die Gegner auch noch verwundet. Die Eisklingen, das macht's. Und ja, so sind die Gegner eben konstant verwundet. Und ihr bekommt natürlich auch immer wieder Mana zurück. Ansonsten natürlich hier unten auch die Punkte mitnehmen. Das hat zum Glück gereicht. Zwar ist hier der Bonus nicht aktiv. Da müsste man später nochmal ein bisschen mehr über die Härtung rausholen. Wäre auch cool, wenn der noch aktiv wäre. Insgesamt nochmal mehr Schaden an betäubten Gegnern. Plus 8 Mana. Und folgende Glyphe steckt hier oben drin. Die Verwundungs-Glyphe ausbeuten. Dass wir eben an verwundeten Gegnern mehr Schaden machen. Und das Board ist auf jeden Fall ordentlich mit 8 Glyphen. Da kann man wirklich einiges an hochleveln. Aber es ist auf jeden Fall verdammt stark. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbauen. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.